Willkommen zurück hier auf dem Weg in eine andere Galaxie, in die Special World, zu Gnalli. Jetzt ist man, glaube ich, eh besser bedient, wenn man ohne Yoshi lang klettert, wie auch immer. Hallo. Gehst du mal... Bist du dumm? So. Nein. Ich muss hier hoch. Na, hör mal. Oder muss ich hier erst... Achso. Ha. Mein Fehler. Ich weiß auch nicht, warum diese Noten dazu da sind, dass man da springen kann drauf. Das ist eine Art... Waah. Sprungbrett sein soll. Aber nun gut. Von mir aus... Mir ist das ja im Endeffekt egal. Komm, rauf da. Genau. 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 Genau so. So oder so. Ähnlich sollte es zumindest aussehen. Ja, nee. Fehler. Schön und gut. Aber ich möchte hier jetzt gerne weiter. Müssen die mich rauf. Ja, ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Weiter geht das hier. Ich sage, überhaupt keine Ahnung mehr. Bin schon da. So, damit hätten wir den ersten Special Part fertig. Gar kein Problem. Geht's gleich weiter mit. Typular. Die Hintergrundmusik ist irgendwie egal. Es ist halt so ein Disco-Feeling. Passt irgendwie überhaupt nicht zu Mario. Aber egal. Boah. Ach nee. Ich, ähm... Erinnere mich schon. Dum 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 dum. Ist hier nicht unter? Ist hier nicht noch wieder der... Ja, bis... Das ist ehrlich. Aber weil das hier auch so schwer nicht ist. Ich glaube, nach dem Part kann man sogar speichern. Nach diesem Level. Boah. Komm. Humpermännchen. Wups. Dankeschön. Zack. Flops. Oh Gott, ey. Oh Mann, oh Mann. Das ist mir alles gar nicht so einfach. Hm. Sollte man sich möglichst in der Mitte halten? Ich brauch gleich unbedingt einen neuen Luftballon. Ist der hier drunter? Nein, da hat er seinen scheiß Rugby da runtergeworfen. Pisser. Mano, lief so gut? Wahrscheinlich zu gut. Flups. Zack. Bum. Hierüber. Nein. Ach Mensch. Mario, weißt du. Du solltest die Gravitation auch nicht überschätzen. Äh, nicht unterschätzen, meine ich. Und dich selbst nicht überschätzen, ganz klar. Ach, Meno. Diese scheiß Pflanzen da. Ich find die eh lustig. Diese komischen Pflanzen. Diese scheiß Viecher hier. Diese Hampelmänner da. Wow, 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 wow. Aber. Mein Gott. Das ist schon schwierig hier. Tada. Alter, Alter. Das ist echt abenteuerreich hier. So, das muss ich zusehen, dass ich hier unterkomme. Ey, wieder genau an die Flugbahn geraten? Hm, das gefällt mir nicht. Das muss irgendwie auch anders gehen. Ich weiß zwar nicht so recht wie, aber irgendwie... Oh. Oh. Schlecht. Ha, aber irgendwie muss es gehen. Das ist Fakt. Hm, und es wird auch anders gehen, irgendwie. Ja. Nein. Mensch, Mario. Nicht genau in den Baseball rein. Discofie war ja... Blups. Genau. Hops. Nee, ich hab keine Lust mehr, die Drachenmonter da jetzt zu organisieren. Zack. Bumpeng. Muss ich gleich wieder aufpassen. Mal rüber. Drunter weg. Oh. Na. Oh. Scheiße. Ah, ein Glück. Das ist cool. Das hat geklappt. Yeah. Und kann ich speichern? Ich glaube, ja. Continue and save. Genau. Und weiter geht's mit way cool. Dill. Ah. Ja. Hm. Hm. Ganz klasse auf jeden Fall. Oh. Da bin ich zu hoch gekommen. Ich weiß auch hier jetzt nicht genau, welche man da aktivieren muss und welche nicht. Werden wir gleich sehen bei diesen schönen Schalter-Spielchen. Ich lass jetzt mal den so, wie er ist. Ähm, ja, das war schlecht. Siehst du es aus wie es Krümel-Monster, finde ich, von früher von der Sesamstraße. Und so, ich muss erst mal ein Stückchen Wasser trinken. Meine Stimme etwas öden, quasi. Da l l l l l l l. Warum? Ich hab doch meinen schönen Spin-Jump gemacht oder so. Diesen Drehsprung halt. Eine Pirouette gedreht. Das können wir Italiener oder Mestiene. Äh. Dann sagen wir noch mein Nächchen da noch raus. Und du schon. Oder war das jetzt unklug? Äh, 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 wahrscheinlich schon. Also, auch da unten bleiben. Bloß keine Schalter aktivieren. Das könnte dein Tod bedeuten. Der Hintergrund sieht wirklich sehr interessant aus. Nicht verleiten lassen. Und zum Kühn-Dom-Dom-Dom. Und zum Glück. Immer weiter, immer weiter. Ähm, okay, hätte ich jetzt aufdrücken müssen. Ähm. Ja. Wo genau geht's hin? Zum, 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 zum. Das ist mal rückwärts. Was genau wird das jetzt? Ja. Wir sind ganz an den Anfang. Hm. Man hat auch nicht Zeit verloren. Das ist das. Das ist jetzt das Ding. Wir machen die Mario-Tanz. So. Meine Fresse. Kann das nicht mehr aufhören? Nein! Da bin ich doch nicht ehrlich. Da bin ich dazwischen gesprungen. Diesen Scheiß. Abhang, abhang, abhang. Abgrund. Ach, abhang. Ja, ne? Ich bin heute fertig mit der Welt. Wirklich. Ich darf das. Ich darf ein bisschen doof sein. Ey, Mann, ich bin zu dumm für dieses Level. Das ist deprimierend ein bisschen so. Mein will ... Bis zum nächsten Mal.